Hi, meine lieben Grüße, Freunde, willkommen zurück zu einer weiteren Demo. Wir spielen The Renovator Origins. Ja, ein Game, was hoffentlich bald erscheinen wird. Und ich hoffe, euch wird die Demo gefallen. Ich hatte sie schon mal ganz, ganz früher mal angezockt, als sie frisch rauskam. Schon eine Weile her. Ich fand sie echt gut und hatte fast gut auf den Kanal. Ich wünsche euch erstmal ganz viel Spaß. Let's go. Okay, wurde von Renat, ich weiß nicht, von dem Menschen da produziert. Nachdem du die Türe geöffnet hast, kannst du sie mit deinem Körper aufdrücken. Sagen. Entschuldigung. Super leid. Ich bin alle so gut drauf, aber ich habe so gute Laune heute. Stöße. Wo bin ich? Ich glaube, ich weiß, dass ich dieses Ort weiß. Es ist eine große Karte, die ich in meinem Leben verbringte. Wie bin ich hier? der papa im moment wenn man sich schon ein bisschen unter machen und die kaum damals hatte ich mich noch meinen alten computer und die grafik war grottig bei mir das passt nicht mir passt auch so einiges nicht da kann ich leider nicht mal ich hoffe das passt okay schiff wird ausgeführt fantastisch nehmen mit e interagieren mit linke maustaste erst mal hier здесь нужен ключ mein schluss mal manche die manche nicht immerhin weiß ja überhaupt etwas zum anziehen manchmal schreibt der held notiz in einen notizblock rücken sie gehe um sie anzuzeigen okay ersetzen sie eine glühbirne in der küche moment mal kurz ein hübsches bernie welcher spielzeug und die besetzung ist echt fantastisch dasselbe spielzeug wie aus meinem pfad seiner kindheit nur dass es sehr neu aussieht es ist aber trotzdem weniger gruselig nein ich lasse das licht wieder an ich fürchte mich doch im dunkeln mein vater spielte gerne schach aber als kind habe ich ihn immer besiegt er sah sehr ruhig aus aber ich konnte die wut in seinen augen sehen ich war auch ein schlechter verlierer als kind also ein spielen machen wir hier an sieht schäbig aus funktioniert aber wahrscheinlich noch alles was ich brauche ist kerosin ich werde dir helfen mein sohn finde den familienring wird um ein otec und kutscht weiss nicht so problem und dann schüss im jahr jügeleisen ach guck mal ein streichhäuser ne aber nicht um die lampe zu benutzen musst du kerosin im inventar haben das kerosin wird langsam verschwinden und die lampe wegzustecken oder sie zu nutzen drücke t wäre f lieber aber ist gut drücke t ist bis jetzt gar nichts mach mal von außen nicht dann sehe ich hier nix aber also dies dienst fotos von der reise meines großvaters nach rumänien mein vater erzählte mir wie meine großen etern dort vor ein paar tage hin gefahren sind livre in Oh, guck mal, 1957. Ich habe hier ein Symbol abgewählt, so ein Quadratsymbol. Laut Etikett ist es ein Schastel eines Rasierers der Marke Sputnik. Laut Beschriftung handelt es sich um ein Zeichenkode. Damals gab es noch keine Marker. Oh, Streichhörter. Das sehe ich jetzt schon. Eine alte Streichhörter schafft es so ein bisschen feucht, aber sie könne sich nützlich erweisen. Nein, mach auf! VLKSM ist eine öffentliche Organisation, die die sowjetische Jugend vereint. Was hier? Die Zeitschrift Radius. Eine monatlich erscheinende wissenschaftliche und technische Zeitschrift. Als Kind mochte mein Vater nicht nur die Kunst, sondern war auch der Wissenschaft vorgetan. Das ist schön. Was ist denn Quatsch hier? Oh, ein Zettel. Teile des Tagebuchs meines Vaters. Er bewahrt sie seit seiner Kindheit auf. Ihr Lesen. 4. März 1957. Mein Vater sagte, dass ich eine Menge Fantasie habe, aber ich weiß genau, dass ich mir das alles nicht ausgedacht habe. Alles fing an, als meine Eltern aus Rumänien wieder zurückkamen. Manchmal, wenn ich am Spiegel vorbeigehe, verhält sich mein Spiegelbild eigenartig. Es scheint so, als würde das Spiegelbild langsamer als ich gehen und es ist dabei immer in meiner Richtung gedreht. Aber sobald ich das Licht in meinem Zimmer anschalte, verschwindet diese Seltsamkeit. Wir ranzoomen mit der rechten Maus. Das ist schön. Ich möchte nicht, dass hier geflackert wird. Die Lampe soll ich ausrüsten mit T, mit F? Hier passiert ja auch ein stimmiges Inventar. Nicht genug Kerosin. Dann haben wir Streischhölzer. Hier ist nichts. Ein hübsches Bild. Ein gemütliches Bett. Oh, guck mal. Kerosin. Leute, die Kette ist Kerosin drin, ja. Rumänien geht nicht. Ach, guck mal, jetzt geht's. Ich frage mal, ob wir noch weg haben, weil wir ja genug Licht. Alles klar. Mir подdается. Ach, halt, ich habe was gerade vergessen. Hier war noch im Käfig schon ein Schlüssel drin. Eine Kletka mit каким-то странным Mechanismen. Interessant, für чего? Ich weiß nicht. Das aussieht wie eine Waage. Muss da irgendwas abgelegt werden wahrscheinlich, aber wir haben bestimmt nichts Passendes. Oh. Oh. Hallo? Ist die Lampe an, du Depp? Schön. Weiche Hütter, das ist schön. Oh. Der gute alte Eintopf, mein Vater hat mir erzählt, dass sie ihn aus echtem Rinderfleisch gekocht haben. Miracles. Oder Miracles so rum, ne, wahrscheinlich. Komm mal zu. Was ist das hier? Es scheint, dass es heute 12. März 1957 ist. Geht so nicht auf, da fehlt wohl noch was. Er klingelt da, ich kann nicht mal durch die Spion gucken, was soll das? Ich habe ja nichts bestellt. Ich finde den Familienring. Okay. Sonst steht auch keiner. Diese Schere zu halten ist reinste Qual für die Finger. Weiche Hütter. Guck mal, eine Glühbirne. Es scheint, dass der Schatten manchmal so ein bisschen im Weg steht. Aber gut. Teil des Tages ruft meines Vaters. Er beweist, dass sein Kind hat es auch nicht gegeben. 24. Februar 1957. Hurra! Meine Eltern sind endlich wieder aus Rumänien zurück. In ihrer Abwesenheit fühle ich mich immer unwohl. Abwesenheit? Ich habe gelesen, hurra, sie sind zurück. In ihrer Anwesenheit fühle ich mich unwohl. Hätte gar nicht gepasst. Okay. Ähm. Ich habe Angst, allein in der Wohnung zu sein. Auch tagsüber. Ich möchte nicht mehr, dass sie für so lange Zeit weggehen. Meine Eltern haben mir einen Haufen Geschenke und Souvenirs mitgebracht. Das Wichtigste ist aber, dass sie Antiquitäten auf eine Aktion ersteigert haben. Mein Vater hat mir aber leider verboten, sie anzufassen. Sie haben alles sofort in der Speisekammer eingesperrt und ich hatte nicht mehr Zeit, sie anzuschauen. Schade. Müssen wir in die Küche mal die Glühbirne austauschen? Ach. ... ... ... ... ... ... Finden Sie den Familienring, finden Sie heraus, was in der Speisekammer versteckt. Mal Kerosin, das ist schön. Was? Da hinten! Wer ist das? Ja, ja, hallo, auf Wiedersehen. Ob Objekte genauer zu untersuchen oder zu sehen, was in der Ferne ist, drücke rechte Maus, das ist auch was nicht. Rennt da weg. Wir rennen hinterher. Das ist er nicht mehr? Können wir ihn hier sehen? Vielleicht hat er irgendwas gesehen. Wie würde ich mir das eigentlich mit der Entke sehen? Muss er weg? Ich habe mental eine Schere. Was mache ich mit einer Schere? Schönes Bild. Schönes Bild. Zum Topf. Mann, noch nicht auf. Oh, ein Bart. Wir nehmen ein Bart, wir nehmen ein Bart. Das war das Vaters bester Rat. Was nun? Wie geht es? Das ist das Ekelhaft, dieses alte Wasser. Ich weiß, wie lange das da schon drin ist. Mh! Oh, Cert. Ich glaube, es war ein Schlüssel im Auto. Was ist das hier? Ein alter Schlüssel in Ton. Vielleicht kann ich ihn mit Wasser säubern. Ja, das ist möglich. Warte mal. Moment. Mal zu, in der ganze Bad unter Wasser nachher. Was ist das? Wir waschen den Schlüssel einfach nur. Was ist das? Was ist das? Lass mich. Ich will nicht. Kann man so nicht benutzen. Mensch, ich weiß wo. So eine Vermutung. Mach mal hier die Kerze an, bitte. Hier. Nee. Könnte ein der Schlüssel sein. Wenn ich dafür. Kann ich nicht benutzen. Dafür ist der Schlüssel wohl nicht. Okay. Ah, so einen Moment, halt. Okay. E-open. Oh. So eine Ahnung. Moment. Lass mich. Nein, ich bin nicht da. Alles gut, alles gut. Nee, dafür ist es nicht. Ein Porzellankrog. Alle Großmütter sollen eine Porzellansammlung haben. Was? Warum? Der Ring ist in den Sohn. Kann ich jetzt kaputt machen? Kann ich jetzt kaputt machen? Aha. In einem schwierigen Moment hilft dir der Ring, den richtigen Weg zu finden. Nee, er beginnt zu leuchten, wenn du dem gewünschten Gegenstand nahe bist. Um den Ring wegzustecken, drücke er. Wie ist es zu dunkel hier? Oh, Moment mal. Der Strom geht wieder. Oh. Das tut weh. Oh. In der Wüste ist aber schön. Alles hier ist gezeugt. Ich kann mich durch Malbert zurück. Ich kann mich in die Quartiere wieder zurückkommen. Da, in der Wüste. Okay. Der Baum ist sicher. Ich bin ein Baum. Ach, der Baum wahrscheinlich. Lauf, lauf. Ich kann nicht mehr. Es ist gut, es ist gut. Meine Truhe. Mein Vater hat es mir geschenkt, als ich noch sehr jung war. Es ist sehr schön, dass er es so schön ist, dass er es behalten hat. Ach, ich habe eine Ahnung. Ach, komm, Alter. Ich laufe ein bisschen. Okay. Einmal darf geraten werden... Ja, wofür dieser... Was soll ich dir brauchen? Du bist so zu laufen! Ja, soll 23 erscheinen, erscheint es aber wohl doch erst dieses Jahr. Das war die Demo. Die war echt geil. Ich freue mich echt auf das Hauptgegen. Das würde ich auch super gerne zocken, wenn es rauskommt. Und da es aber noch eine Weile dauern wird, weil genaues Datum steht leider noch nicht fest, habe ich, wie gesagt, ich nehme wenigstens die Demo für euch auf. Ich hoffe, euch hat die Demo gefallen, dass ihr mich gerne unten in den Kommentaren wisst mit einem Like. Wenn es euch gefallen hat, wende ich auch gerne einen Daumen runter, ist auch vollkommen okay. Sagt mir auch gerne, was euch daran vielleicht nicht gefallen hat oder ob ihr überhaupt Bock habt, es zu sehen. Und damit würde ich sagen, verabschiede ich mich und wie würde ich wünsche dir, euch noch einen wunderschönen Abend. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, ciao.